Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr länger Teil des Problems sein, sondern ich möchte Teil der Lösung sein. Wir konsumieren zu viel, wir besitzen mehr, als wir eigentlich brauchen. Im Augenblick tun wir so, als hätten wir zwei Planeten. Dem müssen wir etwas entgegenstellen, Modelle, die wieder Resonanz ermöglichen. Mit so einer Beziehung, da könnte noch wirklich eine andere Welt rauskommen. Vielen Dank.